Und was geht hier unten so ab? Halben Wald gerodet. Wo? Ja, einfach bei mir. Oh, ich habe vier Kanoniere vergessen unterwegs. Einsteigen! Alle ins Boot. Alle Orgelspieler einsteigen bitte. Das ist das Music Ship. Nicht drängeln, alle kommen rein. Jetzt geht doch mal da rein, verdammt. So. Boah, ich habe ein bisschen viele Boote gebaut, naja, macht nix. Du kannst ja den abweißen zur Not. Los geht's. So, der Gelb ist jetzt auch gleich mal kaputt. Meine Elefanten sind da. Gute Elefanten. Ist so. Ist so. Die machen richtig gut Schade an Gebäuden eigentlich. Das ist doch Elefanten. Also besser als Bogenschützen. Was? Der ist immer noch nicht kaputt? Warum nicht? Ja, jetzt noch. Ich habe Transportschiffe gebaut. Bitte? Ich habe Transportschiffe gebaut. Ja, der Gelb hat ja auch noch zwei hängen. Das er deswegen jetzt nicht aufgegeben hat. Ja, meine Schiffe sind da hin unterwegs. Ich mache den Rest. Ich habe mich mitgebracht. Volles Rohr. Volles Rohr. Der Wald ist das größte Hindernis hier an dem Spiel. Sauber, schaffst du schon. Ja, ich überrenne ihn jetzt einfach mal hier. Wo sind's Renis Einheiten? Ich sehe da nichts mehr. Oh, 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 oh. Macht sie fällig! Ach, was wollt ihr eigentlich, ey? Ach, was wollen wir? Ich bin zu einem engen Pass jetzt hier. Das schaust du schon. Ja, weil gerade sieht es gar nicht mal so gut aus. Weil die haben extrem viele Bogenschützen. Gut, das ist etwas. Und wir müssen am Tag hier herumschützen! Oh, 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 oh. Wir haben es endlich geschafft, den gelben zu zerstören. Das war ne Scheiße. Die hatten echt genug Einheiten. Ich schicke meine Einheiten jetzt auch mal nach oben. Fehlen die irgendwie Rohstoffe, Renni? So mehr oder weniger. Was fehlt dir denn? Nahrung hauptsächlich. Dann bau doch noch ein paar Felder. Ja in zwei Feldern, da machst du ja auch kaum Nahrung. Da hast du nur zwei Felder. Drei. Ja, du machst es nicht besser, dass du jetzt gerade ein drittes gebaut hast. Das war da schon vorher. Ja guck dir mal die Felder bei mir an. Das hat keinen Sinn. Rückzug. Ja, wir sind sehr im Arsch. Ich weiß. Könnt ihr jetzt weiter einsteigen, ihr Idioten? Danke. Danke. Ja, der ist jetzt nicht mein Befehl. Komisch. von der häuser der riebinkseggard läuft läuft bei dir Gut, wenn jemand bereit ist, die Bodentruppen von dem Diener noch mal Platz zu machen, kann ich wieder eingreifen. Ja, ich bin doch schon dabei. Ja, wo denn? Ich sehe nix. Ja, wer war nix hier? Da in der Ecke oder was? Ja, ja. Na gut, die ist normale tot, ne? Ich baue da ja auch gerade eben auf. Die werden mal direkt wieder getötet. Ja und? Aber die werden auch getötet. Die kommen ja auch nicht bald. Ja, also. Macht sie fertig. Ich baue hier kein Holz mehr. Ich hab ja auch vor 10 Sekunden erst angefangen. Da Krieger aufzubauen. Ich hab ja vorher gar keine. Ich zermürb's die von hinten. Müsst ja, kommt. Ein dummer Bogenschütze. Ich blege das aus. Zermatt. Doch, trefft ihn! Trefft ihn! Bombardiert ihr mit Kugeln! Aber das ist ja ätzend, der muss ja nur gleich zu links laufen. Oh, er hat aus Versehen ein Haus kaputt gemacht. So, sehr gut. Erwischt. Schießt! Feuer! So, jetzt war's das. Oh, hallo, ey. Gerade ist angegriffen, schon tot. So, René, ähm, was sagst du dazu? Zu deiner Leistung? Ja. Hat René aufgehört zu spielen vor zwei Stunden oder so? Ich nehm' wie. Ich hab' meistens erforscht. Ich seh' drei Deutsch-Ritter. Also, ich hab' seine Armee gefunden. Alter, deine Armee, René, 918. Und wir waren aber über 5.000. Echt' mein Milizär? Oh, das war ja Spaß, ey. Oh, wie, ey. Betötete Einheiten hast du sogar mehr als ich. Ich mach' mal Wirtschaft besser als du, das ist ja krass. So, Technologie ist klar, ich hab' nicht alles entwickelt. Gesellschaftsjahr. Wieso bist du in Wirtschaft besser gewesen als ich? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist die, wo du mehr gesammelt hast, ist Stein. Nein, ich war nur hier bei einem ersten Kapitel Wirtschaft, ne? Naja, aber, das setze ich doch. Wirtschaftspunkte sind 10% aller Rohstoffe, die ein Spieler besitzt oder als Tribut gezahlt hat. Plus 20% des Rohstoffwertes, der verbleibenden Einheiten und Gebäude. Außer Burgen und Weltwunder. Ja, vielleicht hab' ich mehr Gebäude und Einheiten gehört als du. Aber dafür, dass ich zwischendurch eigentlich total im Arsch war, geht meine Werte. Größte Bevölkerung 80, also ich hatte auch mehr Bevölkerung. Steh' ich nicht. Größtes Heer, da bist du ja knapp vor mir. Ja, siehste. Also eigentlich hätt' ich ja mehr haben müssen. Aber ich hab' mehr Steine als du gehabt. Ja, das ist eigentlich für mich. Darauf komm's an, ich hatte mehr Steine. Ach, Ritterzeit interessiert keinen, wann meine Welche Zeit war. Ich hab' die meisten Bohnen gehabt! Und keine einzige Scheiß-Reliquie, ey. Da konnte ich mich gar nicht um kümmern, denn wo's soweit war, da wurde ich plattgemacht. Ja, gut, ich hab' zwei Stück. Okay, die Zeitlinie. Wo ist... René? Findet den irgendjemand auf der Zeitlinie? Welche Farbe war der nochmal? Schwarz, oder? Die ist dann hier. Ach, der Strich da zwischen uns beiden ist es bestimmt. Diese Linie dazwischen. Oh, herrlich, ey. War eine witzige Runde. Ja. Witzig war das, dass du fast gekackt hast, denn trotzdem noch da gerade die Teams mit fertig gemacht hast. Ich hab' zuerst gesagt, ich kack ab. Ja, dachte ich auch erst. Und, René? Wie bist du klargekommen? Gut. Belassen wir's dabei. Ja, einfach schwein, dass ihr nicht angegriffen wollt. Witzig. Witzig. Der hat gerade mal 8000 Nahrung gesammelt. Ich hab' schon zugemacht, keine Ahnung. 8000 Nahrung? Ja, 8881. Die hab' ich in den letzten 10 Minuten ne Spielzeit gemacht. Du hast insgesamt 36.000 Nahrung gesammelt. Und ich hab' 49.934. Ja, gut, ich hatte zwischendurch der echte scheiß Engpass, ne? Ja, gut. Du wurdest ja auch wieder kaputt gemacht. Boah, gesammeltes Gold. 39.999. Boah. Ich hab' nur noch eine Sekunde gewartet, hätte ich 40.000 gehabt. Und da gibt's mir keinen Cent davon ab, wo ich eben so'n Engpass hatte, weißt? Mir hat da Geld abgegeben. Kann man jemandem was geben? Nein, genau. Nichts, nichts passiert. Danke. Ich hab' den vorhin 6.000 Nahrung geschieden. Ja, aber nicht mir. So'n Arschloch, ey. Und wofür? Für nichts. Du hast doch alles fertig gemacht, hat doch alles gekleidt. Ja, ja. Aber dieser Tribut hat ja nichts gebracht. Ja, aber René ist ja nicht aus der Pötte gekommen, deswegen dachte ich, geb' ich den mal ein bisschen an. Vielleicht kommt er dann mal ein bisschen schneller vorwärts. Am Ende ist trotzdem nichts passiert. Ja, da kann ich ja auch nichts tun. Nö, das stimmt. Doch, du hast ein Tribut gegeben für nichts. Ja, das wusste ich ja vorher nicht. Das musst du als guter Geschwätzmann erkennen, dass da nichts dabei rauskommt. Da investiert man doch nicht. Naja, ich hab' ja nicht verloren, also. Nö, zum Glück nicht. Zwei Stunden und 18 haben wir gezockt. Das geht ja noch. Ich dachte, der wär' länger gewesen. Meine ganzen Einheiten waren noch gar nicht da. Ich hab' meine ganzen Einheiten, die ich hab' zu Fuß hochgeschickt. Die ganzen Elefanten sind Kilometer weit gelaufen. Die sind gerade alle bei René im Zentrum drin. Deswegen hab' ich Schiffe gebaut, aber naja. Ja gut, ich war erst noch mal ganz unten und hab' da den Gelben kaputt gemacht. Ja gut, das stimmt. Achja. Deswegen, während ich mit meinen Einheiten runtergelaufen bin, hab' ich Dorfbewohner gebaut und die hoch zu René geschickt, damit ich da Kasernen sowas aufbauen kann, damit ich dich unterstützen kann. Guck mal das Überschlag für eine Folge. Zwei Minuten Action. So, haben wir aufgebaut. So. Fertig mit aufgebaut. Geflame über René. Führt eine fünf Minuten Folge. Wir haben zwei Stunden 18 gezockt, wird eine fünf Minuten Folge. Ja, das kann gut hinkommen. Ja, mal gucken. Und demnächst vielleicht mal so ein richtiges Battle, was dann vielleicht zehn Minuten ergibt. Vielleicht mal Stronghold oder so. Vielleicht irgendwann mal arg. Soll ich noch gucken, ob ich was hab? Welches Stronghold? Ansonsten, sei ja schon mal Tschüss. Ja. Ja. Ja.